Ein Euro Obergrenze fürs Briefporto, längere Lieferzeiten, Pakete maximal bis 20 Kilogramm und vieles mehr wird uns das neue Postgesetz bringen. Jetzt ist endlich ein Gesetzentwurf aufgetaucht und in den Medien kursieren viele Details. Ich fasse sie euch zusammen, basierend auf einem Artikel des Handelsblatts, denn die haben da sehr ausführliche Informationen, offenbar auch Insider-Kontakte, denn ein Insider sagte zum Handelsblatt, bei maximal einem Euro Briefporto ist Schluss. Schluss, ja, das sind doch mal gute Nachrichten, das Briefporto soll gedeckelt werden, allerdings nicht für alle Ewigkeiten, sondern nur für die nächste Verhandlungsrunde. Die wird 2025 stattfinden, die nächste Briefportoerhöhung, denn ihr wisst es vielleicht, 2024 wollte die Deutsche Post eigentlich auch das Porto erhöhen, das wurde aber von der Bundesnetzagentur verboten. Trotzdem glaube ich, dass auch noch 2024 eine Chance für eine Briefportoerhöhung besteht, denn wenn das neue Postgesetz kommt im nächsten Jahr, dann wird es auch zwei unterschiedliche Lieferzeiten für Briefe geben, also schnelle, schnelle, teure Briefe und günstige, langsame Briefe. Und wenn diese zwei neuen Versandarten eingeführt werden, muss das Briefporto ja zwangsweise neu kalkuliert werden. Und diese 1 Euro Obergrenze, die gilt nur für die langsam günstigen Briefe. Für die schnellen, teuren Briefe schätze ich mal einen Preis zwischen 1,50 Euro und maximal 2 Euro pro Stück. Das ist aber nur eine Spekulation meinerseits. Ja, apropos Lieferzeiten, die werden langsamer, die Deutsche Post soll sich mehr Zeit lassen dürfen für die Briefbeförderung. Die neuen Regelungen sind laut Gesetzentwurf wie folgt. 95% aller Briefe sollen nach drei Werktagen bei den Empfängern zugestellt werden und 99% aller Briefe nach vier Werktagen. Zum Vergleich, so sehen die bisherigen Regelungen aus. 80% aller Briefe müssen nach einem Werktag zugestellt worden sein und 95% nach zwei Werktagen. Ja, apropos Werktage. Es wurde ja auch mal darüber spekuliert, ob ein Zustelltag wegfällt, der Montag oder Samstag. Davon ist jetzt in den Medien aber nicht zu lesen, sodass ich davon ausgehe, dass auch im Gesetzentwurf nichts entsprechendes drinsteht und die Deutsche Post weiterhin verpflichtet ist, vom Montag bis Samstag Briefe zuzustellen. Dann die Obergrenze beim Paketgewicht. 20 Kilogramm Höchstgewicht, das hat sich die Gewerkschaft Verdi ja schon seit vielen Jahren gewünscht und jetzt soll es umgesetzt werden. Allerdings mit einer Hintertür. Das Handelsblatt schreibt, im Gesetzentwurf steht drin, Pakete, die schwerer sind als 20 Kilogramm, sollen künftig von zwei Personen gemeinsam ausgeliefert werden. Oder von einer Person mit einem technischen Hilfsmittel. Und jetzt ist die große Frage, was ist ein technisches Hilfsmittel? Mir fällt da eigentlich nur eine Sackkarre ein. Und das würde ja bedeuten, wenn man das so auslegt, dass auch ein Zusteller alleine weiterhin schwere Pakete ausliefern darf, wenn er mit einer Sackkarre ausgestattet ist. Oder was könnte man sonst als technisches Hilfsmittel verstehen? Vielleicht Exoskelette. Da hat man ja so eine Batterie auf dem Rücken und dann Motoren an den Gelenken, die das Heben unterstützen. Aber so Exoskelette kosten ja, glaube ich, mehrere tausend Euro. Also damit kann man nicht alle Zusteller ausstatten. Von daher glaube ich, dass das mit diesem 20 Kilogramm Obergewicht, Höchstgewicht für Pakete, ist eher so eine Nebelkerze. Ja, die Paketdienste werden einfach großflächig Sackkarren verteilen. Und dann darf jeder Zusteller wie bisher auch weiterhin 31,5 Kilogramm schwere Pakete zustellen. Dann das Subunternehmerverbot. Auch das wird nicht so radikal umgesetzt. Die Gewerkschaft Verdi hatte ja gewünscht oder gefordert, dass generell alle Subunternehmer in Deutschland geschlossen werden und alle Zusteller direkt bei den Paketdiensten angestellt werden müssen. Auch das kommt so nicht. Aber die Subunternehmer werden stärker kontrolliert. Also die Paketdienste, jetzt DRL, GLS, Hermes, also die Paketdienste, die an der Spitze stehen, sind für alle ihre Subunternehmer haftbar. Und zwar auch dann, wenn ein Subunternehmer weiter andere Subunternehmer beauftragt, dann haftet der Paketdienst, der ganz oben steht, haftet auch für Verfehlung des Subunternehmers am letzten Ende der Kette. Also wenn es da Arbeitszeitverstöße gibt, Mindestlohnverstöße, dann drohen dem Paketdienst ganz oben auch Strafgelder. Außerdem müssen sich alle Subunternehmer bei der Bundesnetzagentur registrieren lassen. Und wenn es jetzt Verstöße gibt, dann kann ein Subunternehmer auch seine Lizenz verlieren. Dann darf er keine Briefe und Pakete mehr ausliefern. Ja, apropos Sanktionen. Auch da erstmal eine gute Nachricht. Die Bundesnetzagentur soll gestärkt werden. Sie soll Zwangsgelder in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro gegen die Deutsche Post verhängen dürfen. Wenn es irgendwelche Verfehlungen oder schlechte Leistungen bei der Deutschen Post gibt, das ist leider noch nicht bekannt. Ja, da ist jetzt die große Frage, nach welchen Kriterien werden jetzt die Leistungen der Deutschen Post bewertet? Und bei Unterschreiten, welcher Kind zahlen, dürfen jetzt Bußgelder verhängt werden? Das ist leider alles noch nicht bekannt. Von daher muss man mit diesen 10 Millionen Euro Strafgeldern auch erstmal vorsichtig sein. Ob das in der Praxis überhaupt stattfinden wird, so hohe Strafen, das steht noch in den Sternen. Ja, außerdem müsst ihr bedenken, das Ganze ist jetzt nur ein Gesetzentwurf, der so wahrscheinlich nicht 1 zu 1 Realität wird. Ein gutes Beispiel für Holpersteine bei Gesetzesentwürfen ist zum Beispiel hier dieses Verkehrszeichen. Die Bundesregierung hatte geplant, dass dieses neue Verkehrszeichen 2024 eingeführt wird. Und damit sollten Ladezonen für Paketdienste und andere Lieferanten gekennzeichnet werden. Und jetzt gestern hat aber der Bundesrat gesagt, nö, das lehnen wir ab, wir wollen so ein Verkehrszeichen nicht. Im Bundesrat sind ja die Bundesländer vertreten und daran sieht man mal, was einem Gesetzentwurf noch so zustoßen kann. Der muss nicht so 1 zu 1 wirklich später wirklich in ein Gesetz gegossen werden. Ja, ich werde das alles jetzt nochmal schriftlich aufschreiben und ihr könnt es dann ab heute Abend nachlesen in den News bei paketda.de.